Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Zaubertin, heute gibt es das nächste Match zu PSL. Im Vergleich zum letzten Mal habe ich nichts daraus gelernt, denn ich habe immer noch kein Bakery-Removel. Und Kitty hat sich entschieden, ein Burnneck zu spielen. Was soll ich sagen, das ist nicht unbedingt die beste Idee für mich. Was entscheidend ist, kann ich noch mal beschören, was 1500 ATK hat. Und das reicht für Game 1. Immer noch kein Bakery-Removel, auch nicht im Side-Deck. Und natürlich in Game 2, ich wünsche euch zwei Monster, die weniger als 1000 ATK haben. Und ja. Sie behörde sich selber tot. Das war es quasi schon zu PSL. Es war jetzt kein krank gutes Match, aber es war ein interessantes Match. Und das zeigt mir immer wieder, ich muss ein bisschen Bakery-Removel spielen. Denn diese Karten, wenn sie gut gezogen hätte, hätten mich komplett hops genommen. Und dann würde ich sagen, das war es schon für heute Video. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao Leute.